Was ist das Album für mich? Also für mich ist das Album, das sagt man natürlich zwar immer, aber für mich ist das Album das stärkste Album, was wir bis jetzt aufgenommen haben. Und für mich persönlich auch irgendwie eins der dunkelsten Kapitel irgendwie, die ich auch lyrikmäßig umgesetzt habe. Also ich habe sehr, sehr viel aus meiner eigenen Biografie wieder in die Texte reingebracht, natürlich auch so ein bisschen connected mit gesellschaftlichen Themen. Aber ich glaube, ich habe mich noch nie in meinen Texten so tief geöffnet und versucht das irgendwie umzusetzen, aufs Papier zu bringen und den Leuten das irgendwie mitzugeben, wie ich mich gerade in so einer Situation fühle, seien es jetzt auch irgendwie die dunkelsten Momente. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, das Album, kann man so sagen, wo wir am intensivsten dran gearbeitet haben, auch über einen sehr langen Zeitraum. Wir haben schon gerade Stefan viel im Vorhinein, sich ganz viele Ideen auch in Zusammenarbeit mit anderen Leuten geholt hat. Ich glaube, dass das halt ein sehr gutes Album ist einfach und dass es ja wirklich jetzt auch unser erstes Album ist, was wir nochmal wieder zu viert gemacht haben mit Gerrit dabei. Und ich bin einfach total stolz darauf, wie es jetzt ist und stolz darauf, dass wir so ein schönes Album jetzt auf den Markt bringen können. Boah, das ist echt schwierig. Also ich habe sonst manchmal immer die Geschichte, dass vielleicht ein Song dabei ist, den ich nicht so geil finde. Aber diesmal finde ich tatsächlich alle, also da ist kein Song dabei, wo ich sagen würde, boah, da bin ich jetzt nicht so richtig warm mit, sondern das ist für mich tatsächlich echt richtig rund einfach geworden. Aber ich glaube, mein Lieblingssong auf der Platte ist glaube ich Creeper tatsächlich. Also es gibt irgendwie auf der Platte finde ich für jede Stimmung vielleicht so den perfekten Song für mich. Also es ist jetzt nicht der eine Song, wo ich sage, bam, das ist irgendwie der Song jetzt so. Aber zum Beispiel The Voice finde ich total geil, weil es halt was ist, was wir bisher nicht gemacht haben und was irgendwie kraftvoll ist und auch live, glaube ich, ganz gut ballern wird, ist aber jetzt natürlich keine schnelle Nummer. Und gleichzeitig gibt es halt irgendwie Nummern wie The Consequence, die halt einfach so eine Punkrocknummer ist, die halt dafür total geil ist für die Stimmung. Oder Give Me All The Love, was halt einfach ein geiler, poppiger Song ist, mit dem Feature natürlich echt cool ist. Muss ich wirklich einen Song nennen? Ja. Das ist schwierig, das ist sehr, sehr schwierig. Ich fand zum Beispiel oder finde auch immer noch hier Give Me All Your Love sehr, sehr gut. Hab den aber auch dann tatsächlich schon sehr oft gehört, sodass ich jetzt vielleicht auch wieder sagen würde, hm, vielleicht ist es jetzt ein anderer. Ja, vom Hören ist es dann vielleicht der, aber so spielerisch, wenn ich aufs Schlagzeug spielen gehe, ist es tatsächlich Timelapse, weil der ja ein bisschen anspruchsvoller für mich ist, der macht Bock, kann ich mich so ein bisschen reinsteigern. Ich glaube, mein Lieblingssong ist tatsächlich die Single, die wir jetzt released haben, The Voice. Einfach aus dem Grund, weil es ein total untypischer Song für uns ist, auch sehr synthetisch und von den Lyrics her ist es sehr, sehr minimalistisch und komprimiert. Also es hat nicht viel Text, also es sind nicht viele Zeilen drin, aber ich finde die Message eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Also dass man auf seine eigene Stimme irgendwie und auf sein eigenes Herz hören sollte, egal was Leute, Außenstehende einem sagen, was man doch besser machen sollte in seinem Leben. Einfach eine komplett andere Nummer. Ich glaube, die hätten wir vor vier, fünf Jahren auf jeden Fall nicht so auf die Platte gepackt, weil jeder gesagt hat, ey, nee, ist nicht so Rock'n'Roll, nicht so Punkrock, passt irgendwie nicht so. Aber für mich ist das schon eine ganz besondere und sehr coole Nummer. Unser Album haben wir wieder mal, wie glaube ich alle Alben zuvor in Berlin im Daily Hero Studios mit Florian Nowak aufgenommen. Ein großartiger Produzent, großartiger Musiker eigentlich auch und großartiger Typ an sich. Auch mittlerweile ein guter Kumpel irgendwie geworden, weil wir uns ja schon seit, boah, wenn ich das mal überlegen, wie lange. Ich glaube, das erste Mal, als ich den Flo kennengelernt habe, war, glaube ich, als wir aufgenommen haben, ich damals noch mit meiner alten Band 2010, also es ist schon fast zehn Jahre jetzt her, da kennt man sich ganz gut und lernt sich auch irgendwie so zu hassen und zu lieben. Und ja, da haben wir unser Album aufgenommen in dem wunderbaren Studio. Normalerweise ist es so, dass ich alle meine Songs auf Akustikgitarre schreibe, aber ich glaube, wenn man einen Song auf Akustikgitarre schreibt und der funktioniert, dann funktioniert der meistens auch mit der Band. Diesmal war es aber so, dass ich mir mein MacBook mal wieder habe aufrüsten lassen und vieles dann am Computer vorgebaut habe und programmiert habe, weil man dann einfach einen kompletten Overview wirklich über den Song hat. Ich habe auch viele Songs, die wir jetzt auf dem Album haben, mit anderen Musikern zusammengeschrieben. Das ist ja immer in der Musikszene so ein bisschen verpönt, dass man jetzt nicht so sagen möchte, mit wem man da an einem Song gearbeitet hat oder sich das alles am liebsten selber auf die Fahne schreibt. Aber ich finde das immer total spannend, mit anderen Leuten außerhalb der Band auch zusammenzuarbeiten, irgendwie andere Einflüsse so aufzuschnappen, weil jeder schreibt seine Songs ganz anders. Und ich finde, man nimmt da immer sehr, sehr viel Input auch von anderen Leuten mit ganz vielen neuen Ideen, die am Start sind. Und man entwickelt einfach irgendwie ganz andere Songs, die vielleicht gar nicht so entstanden wären, wie man das sonst in seinem eigenen kleinen Kämmerchen gemacht hat. Ich möchte mich auch natürlich in diesem Zuge nochmal bei allen Leuten, die uns da auch songwriterisch unterstützt haben, bedanken. Sei es der Felix Mannherz, David Pfeffer, wen ich da noch alles jetzt vergessen habe, mit unserem Produzenten Florian Nowak habe ich auch noch einen Song geschrieben, der auf der Platte ist. Und ja, also es ist wirklich großartig und ich mag das total gerne, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, weil man dann einfach komplett andere Songs schreibt. Ich glaube auch, dass die Songs nicht so entstanden wären, wenn wir diesen Schritt nicht gemacht haben, so wie wir ihn jetzt gemacht haben. Wir waren mit Two So Letts and Wolves auf Tour und zwischen den Konzerten waren wir dann noch in Berlin und haben da unser neues Album aufgenommen. Und zeitgleich kam dann noch die Anfrage, ob wir nicht Enta Shikari supporten wollen. Und ja, das haben wir natürlich sofort angenommen, aber das war übel. Es war schon echt ziemlich stressig, das Ganze, denn wir sind ja keine hauptberuflichen Musiker, sondern haben natürlich alle noch Nebenjobs oder sind hauptberuflich da auch noch anders aufgestellt. Und das ist natürlich immer ziemlich schwierig. Grundsätzlich schon sich immer für eine Tour alles freizuhalten, aber dann für eine Tour oder wie viele Touren waren es? Ich glaube Anfang des Jahres vier, die wir da mit unterschiedlichen Bands unterwegs waren. Und dann auch noch das Album zeitgleich mit aufzunehmen und dann immer hin und her. Wir sind quasi nur von in Sprinter alles wieder an Klamotten eingeladen, gespielt, wieder alles eingeladen, nach Berlin dann wieder alles ausgeladen, Sachen aufgenommen, alles wieder eingeladen, irgendwo anders hingefahren. Also das war schon übel, auch teilweise haben die Nerven da ein bisschen blank gelegen, aber so rückblickend war das schon echt ganz geil. Also man kann echt guten Gewissens sagen, dass wir noch nie einen Cent gesehen haben jemals aus dieser Bandkasse auf unserem privaten Konto. Klar, wir sind mittlerweile ganz gut auf Tour und spielen viele Konzerte, aber nichtsdestotrotz reicht das Geld noch lange nicht, dass man damit irgendwie sein geregeltes Haushaltseinkommen irgendwie bewerkstelligen kann. Dann muss halt alles wieder investiert werden, in Busmieten, irgendwo pennen können oder neue T-Shirts kaufen, damit wir Merchandise haben. Dich bezahlen, du kriegst ja auch immer richtig krasse Summen von uns. Das ist natürlich oft auch aufreibend, dass man so viel an Energie reinsteckt, auch an Geld reinsteckt. Jeder von uns kauft Sachen fürs Equipment, das wird nicht aus der Bandkasse gezahlt. Das sind tausende Euro, die wir da schon ausgegeben haben. Da sagt vielleicht auch der eine oder andere Außenstehende dann, boah, warum macht ihr das überhaupt? Aber macht halt so viel Spaß, gibt uns so viel, deshalb machen wir den ganzen Spaß. Boah, ja Sprüche ohne Ende, die drücken wir uns dann immer gegenseitig rein. Also wir haben irgendwann mal so ein Ritual eingeführt, dass wir zusammen uns nochmal alle umarmen und noch einen netten, nicht-jugendfreien Spruch fallen lassen. Der da lautet? Nee, den kann ich nicht verraten. Wenn ich das jetzt wiederholen sollte, diesen Spruch, den wir uns jetzt da ausgedacht haben. Ich weiß nicht, ob das hier so jugendkonform ist. Wir können piepen. Wir können piepen. Okay, das wäre quasi, ja der Satz, den wir immer sagen, wir schreien quasi, einer sagt das quasi vor, wir umarmen uns, stellen uns zu einem Kreis und der eine sagt, Deine Mutter und ja, der Jakob sagt dann meistens immer und den Hund. Ja, das ist dann halt unser Spruch. Welcher Hund? Ja, welcher Hund, auf jeden Fall nicht meiner. Und jetzt wird wahrscheinlich ganz schön viel in dem Satz gepiept. Ja, als nächstes gehen wir auf Tour. Natürlich im Oktober fängt es an, drei Konzerte. Das Jahresabschlusskonzert im Dezember. Ich wohne ja selber auch in Essen und das ist ja im Turok am 6.12. Legendärer Laden, auch schon einige Male versackt nach irgendwelchen Konzerten oder sowas. Und dann vor allem im nächsten Jahr spielen wir viele Konzerte. Die Tour geht weiter und ja, dann halt im Januar und im März noch. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir auf vielen tollen Festivals spielen. Ja, viel spielen, viele neue Leute erreichen, die alten vielleicht hoffentlich wieder mitnehmen und ja, mal gucken, was passiert. Für mich steht natürlich wieder auf der Mattscheibe, dass ich gerne ab dem nächsten Jahr schon wieder neue Songs schreiben möchte für ein neues Album bzw. für neue Singles. Ich würde ganz gerne natürlich auch relativ zeitnah wieder einen neuen Track rausbringen, aber wann der dann rauskommt, weiß man ja noch nicht. Aber man muss ja heutzutage die Leute auch relativ zeitnah auf dem Laufenden halten. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir nochmal vielleicht den einen oder anderen schönen Support spielen oder und ich freue mich natürlich auf eine schöne Festivalsaison 2020, die hoffentlich schönes Wetter für uns bereithält und kühle Getränke und schöne, viele, ja, fantastische Leute. Noch was zu lernen. Ich bin zwar unglaublich lernfaul, aber man merkt ja dann doch irgendwie, wenn man noch was lernt, dass es auch funktioniert und deswegen ist es, glaube ich, nie zu spät, dass man nochmal irgendwie was anfängt und was macht. Und ich habe zum Beispiel auch erst mit 16 angefangen, Gitarre zu lernen und klar, irgendwie andere Kids haben irgendwie schon in der Grundschule Akustikgitarre gelernt und ich habe halt irgendwie mit 16 angefangen, E-Gitarre zu lernen. Scheißegal, kann man auch mit Anfang 20 anfangen. Ich wollte halt gerne in einer Band spielen und ja, dann muss man das halt lernen und dafür ist es, glaube ich, nie zu spät. Ja, nie zu spät, das zu machen, worauf man Bock hat. Also ich glaube, gerade heute, klar, viele Leute denken sich, boah, jetzt schnellstmöglich Studium oder Ausbildung fertig machen, ganz schnell Kohle machen und fettes Haus, fettes Auto und so. Also ja, wenn man wirklich auf irgendwas richtig Bock hat und irgendwas glaubt, wie wir jetzt zum Beispiel an unsere Musik, ich meine, wenn wir da nicht so einen Spaß dran hätten und da auch nicht so viele geile Erfahrungen bereits mit gemacht hätten, dann könnten wir ja auch einfach sagen, alles klar, wir quitten das jetzt und hatten eine gute Zeit, das war's, tschüss. Wofür ist nie zu spät, letzte Nacht noch gehabt, Double Steakhouse im King Menü. Cola Mayo, ganz wichtig. Kann man sich gönnen, hat der Burger 1000 Kalorien, aber das ist richtig überragend. Da kannst du auch nichts falsch machen. Der liegt gut im Magen und ist einfach richtig lecker.